wir sind wieder dabei mit flink to the finish und wir machen hier einen bombenlauf und der sascha ist auch dabei oh yeah so bomb run hier ist ja noch schlimmer ich glaube das wird nicht einfacher mit der kack bombe ich glaube auch die sieht auch ein bisschen panicmäßig aus und nehmen wir keine minus 10 kisten mit wir mussten ja ausprobieren was ist was das schluss mal da liegt eine solle ausprobieren also mehrere jagen und so ich weiß auch eine güte kleiner gemacht deswegen ist zwar nicht mehr zeit das war ja nettigkeit damit wir ja auch weiterspielen können da was das in diesem fass du hast das mitgenommen also die stelle kümmerlich gut die eine die eine von den 100 behalte ich fest und los hast stark aber wieso hänge ich denn sogar hier damit ist leider ein paar goldene uhren übersprungen glaube ich aber ist egal aber ein gutes tag als fest und ist die gestartet und das recht und bekommen wird er die wird irgendwann so schwer bringt mich blick mich ja sehr gut und loslassen ja 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 stark ich habe mal geht das wohl sogar bei dem du hast nicht er doch bei mir ist er weg es ist mir komisch es war angefangen aber dann ist er wieder zurückgegangen bei mir war komplett ich glaube das war schon der richtige schwung um loslassen die noch mal größer hat auch sie ist noch mal größer geworden ja monster bombe ich lasse los ja nein ach die bombe war das schon wundert alles da was ein das ging besser als erwartet ja es stimmt wenn wir ganz am ende keine enten freistellte spielcharakterie auch schwer enttäuscht wenn wir was am ende keine enten freischalten ja schon die ganze enten sammeln neuer rekord ich bin ich bin humble weil ich eine biene bin eine hummel und du bist die lösche soll und apfel bis nicht nur deswegen pietz play palace coole schule heißt bei mir okay aber auch die kennen wir das stimmt so hier war durch spukstraße ja das heißt es geht zum problematischen paradies ja das natürlich eine sehr bunte ist ja auch nicht grüne hinterm ziel meine ich echt hinter mir kann ich sagen stimmt ich kenne ich abgabe dass man hier runter direkt da geht es gar nicht runter okay aber die map kenne ich nicht ne ich auch neuer das war schon mal nice alter die kalone da vorne ist ja geil wir müssen da rein ist hier nicht gold für your friends alter schwede da auf der insel ist bestimmt eine hier oder ich gucke schon aber ich sehe auch nicht erst mal bist du die blaue finden rechts ist ein blaues surfboard kann ja mal hier hoch gehen hier links kummer glaube ich das okay geht gar nicht okay los surfboard vielleicht auf einem der häuser wahrscheinlich irgendwas man hoch kann muss ja trotzdem irgendwie sehen können ja ja stimmt ich muss ja irgendwie ins bild kommen alter krebs mr crappy coco so bisher würde ich sagen als war sie nicht warte warte da links da hinten ist ein portal bei hinten ist sie bestimmt ab geht er ich glaube hier müssen wir hier rein haben es auch ein leichter ja halt du fährst aber ziehen an dem grünen grünen können sorry alles ab geht er rechts auch ein portal rechts die grüne rechts ist die grüne ich habe überhaupt nicht geguckt ich glaube wir müssen an dem hals des jahres genau 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 ich gehe zuerst aber sie hat man auch nur wegen den portalen gesehen nicht wegen ja jetzt auf den kunden den lobster die sich das ist unser spezialen buch aber wirklich so hin das meine ich weiß so einer rechts und an der links dann ist ja das allerdings gehen sich ja nicht recht war der kurzen recht zieht sich der normale weg also liegen willig genau genau denke ich mal ja das aber kacke mit der kamera ja wohl durchgefallen treppen sind im arsch auch kein durchfall aber das ist ja also das sind das für stufen hier man ich den bounce gegeben uns gesehen schön jetzt haben wir sie perfekt ich gehe zuerst stark nach sommer schlangen ich doch schon lange genug so richtig dachte ich du zuerst du zuerst oh schon losgelassen ich geh ran ne geh du ran geh du ran geh du ran geh du hast noch gar nicht an du hast noch gar nicht an du hast noch gar nicht an den dicken kordel gespielt und dann so ein schuss ja einfach ballon ja ich habe kurz gebremst damit wird auf den ersten mal ankommen ich wollte ich mal kurz ja das ist auch ein guter sprung ja meine güte und die dinger berühren und das sind grundsätzlich scheiße lassen ich denke in der laba ah ok deswegen ich dachte schon wo ich gehe aber nicht geschaut alles gut du zuerst ich gehe so ein bisschen da links rüber ich glaube das ist das ding nicht okay oder doch oder doch nice schön nice geil ich hätte gern cocktail der typ war aber sehr emotionswert ja können wir doch nicht easy ja 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 nice das ziel alter aber stark starker abgang könnte mit dem uf vom nacken aber anstrengt werden das stimmt wo ist es ein pilz oder ist es ein pilz ist ein pilz immer dreimal das gleiche item und dann kommt was neues wak 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 humble delicious achso da hast du es gelesen ja ok ein bisschen verbrauch unser team so heißt aber ausnahmsweise was freigeschaltet neuseinheit live aber die mit kannten wäre ich noch nicht die kommen aber doch wohl auch schon aber wie wir zwischendurch sind und welche ufo race aber kann man so viele dinge schreckt wo ich glaube man muss die ersten beiden schaffen um dann in dem in der map die anderen beiden freizuschalten ok also zumindest haben wir die jetzt noch nicht freigeschaltet ja ja da kommt das bestimmt hier nach 3 minuten im kater nur 5 gebraucht und haben die ganzen dinge gefangen das sollte eigentlich drin sein oder das ufo geträgt ab ja erst in der drei stück mehr logisch logisch was sonst ja ganz schützt mal drei sagen hat er uns ein bisschen weiter links gedauert bei dem ufo gelandet die sehen kein tages nicht mehr alter das erste muss aber da vorne echt ja stimmt tatsache die müssen alle drei wahrscheinlich reinkommen da ist die andere schiere hochgegangen immer die moment man nicht angekommen ich gehe dann ok schön die dicke lunte ja stark ja die starke ruft die zeit wieder raus alles gut worauf landen wir auf dem blauen ja ok was ist los du bist unten ja nein ich bin ausstellung und ich bin das ja fehler aber ich nehme alles zurück und behaupte kaktus 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 wasser melone holz holz ich komme ja ich erscheint habe ich die ein oder andere sei sie hat er gut geklappt oh 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 ah isig jo ich bin einfach lang sauber oh oh nein aber der ficker hey uns gerade auch getroffen hat das hat mich einmal zurückgehauen ja ich habe auch gedacht das passt locker schaffen wir noch mach du zuerst hey ufo mann geh weg ich bin schon drüber jawohl wie soll das denn wie soll der denn erst bei minuten vier ankommen wenn er uns jetzt die ganze zeit so ich habe es nicht ich es müssen pack die lonte an jungen ja ich glaube es müssen alle drei ufo die zählen deswegen sei es wahrscheinlich egal naja das erste wird doch gold sein das zweite silber und das dritte bronze und das erste vorne ist die goldzeit auf vier minuten ja das schon recht das schon recht das macht gar keinen sinn schön sauber ist auch nicht mal weit ah natürlich fliegelig ach wie viel fliegen will er denn ich würde sagen wir natürlich Ewigkeiten durch die Weltgeschichte fliegen bei jedem ey das gibt es doch gar nicht eben war das echt nicht ein einziges mal so naja schon das war doch nicht so schlimm gar nicht so nicht so heftig halt boah ok hier kamen wir natürlich sehr easy hoch vielleicht haben wir hier ein glück gehabt gerade wir haben Glück gehabt gerade nicht fest ich hab ich hab ich hab hier mehr rüber was bei vorne ist es doch schon bei wenn man so an der tkiba vielleicht macht das alien stop an der tkiba ich geh längst das ist geil soll die pro taktik die vorgesehene die vorgesehene vorgehensweise ist die pro taktik verdiente drei enden richtig was kommt jetzt ein fisch und glas oder was ein riesen goldfisch keine ahnung aber warum nur den hintern wir haben was freigeschaltet dschungelsport die kenne ich glaube nicht dass man das nicht überspringen kann ja ist echt nervig aber so sieht man ein bisschen was noch auf einen zukunft sind wir immer noch will die wüste noch ja wohl es wird wüste auch nicht so viel zu tun aber wir haben nicht die gibt es noch nicht hier die bomben links okay aber das auch mal so müssen wir und hier sind wir dann durch wir haben okay könnten hier noch eine nachholen dass wir für die münster muss ja nicht sein wie wir dabei genau die mit den schleuderpark aber richtig einschleudern der flingpark nur verwehr sie weil du musst das spiel dann übersetzen schleuder bis zum ziel ja schleuder bis zum ziel enden ich habe keine gesehen weil ich nie aufgepasst habe auch nicht aufgepasst blaue zuerst ich bin links ja sauber wie sie einfach sein ist das gut geht alter natürlich noch das nicht fliegen doch 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 ja mal immer schön um die ecken rum wir müssen noch auf die enden nacht und so ja ja nichts war doch nicht jetzt hast du das ist ja ja auch es ist ein ball mit dem ich gehe rechts ich gehe doch rein weil also jetzt mal ehrlich noch aber ohne witz bei so einer map irgendwo hier muss da rechts ist die grüne rechts rechts das heißt wir haben die blaue schon übersehen zurück ist auch keine gute idee oder nicht wirklich geht gar nicht oder doch geht vielleicht schon aber neu starten level ja eigentlich schon dann müssen wir dann müssen wir die grüne dort kennen dass die blaue recht das bei so einer map nicht so einfach weil man nicht gucken muss ja vor allem wie schnell die bilder auch wechseln keine nicht gesehen ich habe einmal was blaues schimmern sehen aber das ist sehr witzig eigentlich so direkt aber bisher war es ja immer es war jetzt gerade auch wieder die grüne so ein extra weg ich gucke einmal nur hier ist sie nicht schild auf bilder was machst du jetzt nicht mehr ich dachte ich etwas blaues auf der insel gesehen habe ich nicht nur da links ist eine insel warum ist jeder da muss eine ahnung aber ich werde auch nicht über die wolken das ist jetzt ausgedruckt ja ich war doch noch mal da vorne sind wir schon aber den grünen kann ich sein ja doch die kommt da vorne bestimmt soll jetzt ja ist ja auch nicht hier oben lassen nach oben gehen hier kannst du nicht dran komisch betrüben ja auch nicht wir werden ja wohl nicht direkt ineinander sein aber alles trotzdem was zu der grünen gehen wenn es die auf dem weg schöner flug links rum kamera ist halt super fies kamera ist richtig richtig gemein da müssen beide obendrauf bleiben aber doch ich leute ich mal bis nach vorne das ist ein plan weiß nicht ich werde dich jetzt nach vorne und so bewegen uns nach vorne oder nicht einfach lang wollen ich bin ich noch mal rüber ich komme jetzt 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 das können wir auch so ja das ist richtig nein ja scheiße wenn man muss die blaue und der ente 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 ja die muss vorher sein da wurde gesagt ja ja die kommt auch die kommt noch da irgendwo war die das ist kein sinn jetzt habe ich nicht aufgefasst ganz am anzeigen wenn so viel level war auch noch nicht bis dahin aber eben alle rote rote rechts vom teleporter aber so aber wenn du jetzt jetzt gleich also hier ist nichts besonderes sehen wir jetzt nicht die links müssen wir wahrscheinlich in der jetzt schon links ist eine insel oder hier oben drauf ja aber da kommt doch gar nicht hin oder ich weiß nicht aber auch sehr schön das war kurz hier warten ja so wir haben ja hier nicht viele optionen da links die insel und sonst ist kein anderer wo willst du da hin weiß nicht mal gucken hier unten wenn ist das hier in der nächsten kurve da unten da die insel da unten weiß man ja zum beispiel warum ist da rechts siehst du das rechts auf der wolke das einstab auf der wolke warum wenn so jetzt weiß nicht klinge ich nicht die kamera natürlich auch komplett für eine kamera rechten will ich dachte ich kann nicht wieder rüber steuern aber macht auch keinen sinn kann ja auch nicht richtig sein da ist ja auch nur die insel und keine ente was ist denn aber hier sind wir ja schon wieder da oben lassen wir die balken ganz nach oben gehen oder könnte ich mache ich werde auch mega smart wenn ihr einfach oben drauf sitzt was ja da 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 sehr gut jetzt kamera wechseln endlich die kamera macht mich wahnsinnig hatte ich hab's noch nicht was schon hoch ja ja wohl aber das hast du ja aus gar keinem winkel gesehen also das ist den holzstab da oben hatte ich gesehen vorher tatsächlich habe mich gefragt wird soll aber ja aber da kommst du echt nicht drauf hat du dich fest dann müssen wir da bescheid man direkt ein bisschen beruhigt noch nicht nicht weiß wo sowas ist wir kommen daher wenn wir da schon so greifen kommen wir gar nicht mehr weiter ja ja das vermisst alles gut haben wir wollen einfach geradeaus hier drauf oder so einfach geradeaus runter ich weiß noch wie wir den moves erst mal gemacht haben voll stolz und an die bude ist einfach total cool beide geradeaus drauf gewesen jetzt flinke ich dich ja wohl ja wohl im maximum flink da hat sich nicht getraut naja das ist mal so dass ich denk der lässt jetzt auch gar keinen fall der erste große ok ich wollte den anderen weg gehen aber gut easy wir müssen auch noch die rote die ist da vorne rechts hier rechts rüber warte anlauf mit atto die sie ja du hast wie es okay wenn der mitte bleiben ja ja ein kleines delay hier mit der bombe lang ist auch richtig scheiße ja glaube ich auch lassen wir einfach mal ein wechsel vielleicht haben sie festgestellt dass es mit dem bomben auch nicht funktioniert doch gar nicht geht es hier gibt es das noch nicht ja hängt halt scheiße zwischen noch mal zwei scheiße dazwischen dazwischen über sechs minuten meine güte machen wir so viel enden das ist das ist echt ein fisch aber ja das sind die augen rechts und links ist einfach ein fetter goldfisch von hinten und das glas hatten kocken um drauf okay toter fetter goldfisch damit er nicht wegläuft da gibt es das wieder und beim vorigen gab es das nicht ach so wir sind ja aber auch jetzt in level 2.1 quasi rutsch rodeo jetzt haben wir baumspitzingen feil geschaltet baumspitzing wer kennt es nicht winding woods flingpark das war das flingpark naja uferwind sonst jetzt aber ein bisschen besser anstellen noch besser noch besser sechs minuten haben wir gerade gebraucht flammer jetzt für die goldzeit habe ich nicht darauf geachtet 2 über 40 ja gut dann wir eben auch die ganzen enden holen müssen also jetzt versuchen müssen eben easy jetzt hier brauchen wir schon zwei guter sprung alter woher bekam das denn du bist noch mal gesprochen nee ja schon so viel speed und dann hast du uns nochmal ein bisschen mehr gegeben ja kiste ein nichts machen flicks wichtiger zeit ich kann einfach nicht jetzt meine güte ich glaube nicht dass das gold ist noch sogar noch vorbeiflich ist gut das war unnötig und los wir haben ja auch aber der hat dass ich nicht festgehalten ja ja halt das ist alles gut alles gut auch schon weg recht kurz macht auch mist powerplay wahrscheinlich für 30 34 ich arbeite nicht so spannend es ist so spannend was kommt als nächstes schildkröte ich sag ein waschbär don't forget to communicate mit 100 münzen auf der kurzen strecke wird aber auch interessant bei dem tilting schnell hast du den haufen gesehen ein fehler alles gut dann haben wir auch noch zehn sekunden weniger zeit nein ich fliegen doch 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 mal wie gut das geht das ist noch eine glück sache dann kann ich ja auch dreimal ich geklappt ja okay die stelle ist vielleicht nicht meine stärkste jetzt bin er aber richtig gut durchgefahren weil es nur einmal ja wir sind auch die ganze hat er mitgenommen herrn ja ja stark stark deswegen einmal rum swing to the finish heißt es doch auch elegant wir den ball naja links ich denke recht ich was jetzt aber wir haben wir haben müssen gar nicht mehr einfach noch 20 sekunden meine güte ja jedes mal dasselbe münzen ich habe schon genug und dann noch wenigen scheiß und ein paar sekunden zu reden dann aber ewig zeit und dann ist es wäre es komplett egal ach was schon machen sie merken sowieso zwei hätten es auch gut aber eben schon ja aber gerade sagen hier hatten wir doch schon das spiel bescheiß neuer rekord war so gut war das natürlich james red bellis ne war uns in space ich glaube das müsste aber auch das letzte sein dann wenn das letzte ist dann meine ich aber nicht viel neues gesehen nachdem wir stimmt vor einem jahr oder so das mal gespielt haben gefühlt wenn wir noch im schleuderpark oder wo waren wir ja ja ne schleuderpark 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 sollte auch also hier wird es an deren stangen da hängen alles andere ist ja egal aber diese stange am anfang werden uns leider kaputt machen die pinball dinger meinst du ja die sind übel verheißen ob er da nicht einfach irgendwie rechts dran vorbeigehen können die monstern ist es teilen und langen dings im geschicktes nach erzten gemacht sorry alles gut was ist hier los ist es nicht so schwer ist so blöd ich ja ich bin weil das glaube ich die nervt die bombe jetzt mal hier hinter dem jetzt habe ich geklappt hatte ich kann hier durch das minus zehn sekunden ist ja voll gut perfekt naht zu perfekt also auf die uhr wolle hat mich das loch gefallen hier habe ich so oft weil wir auch nicht ich kann ich springen meine rente aber jetzt auch schon jetzt haben wir nicht ich habe das noch eine goldene dann machen wir aber auch direkt von der ja 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 ollie kommt die nutze das ding ist aber echt so schwer oder bewegung hinkriegt die man nicht haben will jetzt warst du nicht mehr gespannt warum nicht da ist drauf und schnell versuchen ja man plus für ein fluss und uhr jawohl wir müssen jetzt die sekunde hoch schön über den müssen steh jetzt alter die 240 war die goldzeit guck mal auf die silberzeit sehen 16 minuten ok das tatsächlich noch nicht ganz ausgereift also bisher unverhältnismäßig ist machbar ist da weiß wagbar und war es noch nicht so gesagt haben weil das war noch ein flinkst duely denn nicht nur noch einen weiter und schau mal wie weit wir hier noch kommen mit den schwierig märz eindreheen ja